Heute verrate ich dir, wie ich 20 Mal so effektiv wie alle anderen lerne. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo, deinem True-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Und für mich liegen ja jetzt gerade meine eigenen Semesterprüfungen in meinem Psychologiestudium hinter mir, die ich sehr erfolgreich absolviert habe. Und jetzt waren natürlich von vielen die Fragen, Leo, du hast ja dafür nur 5 Tage gelernt. So, die meisten anderen Psychologiestudenten, die lernen halt 4 Monate für diese Prüfungen. Und dann kommst du daher, fängst 5 Tage vorher an und schreibst sie trotzdem besser als der Durchschnitt. So, wie geht das? Und das ist halt super spannend, eine Sache, die ich selbst einfach immer mehr merke, wie unglaublich viel man beim Lernen rausholen kann. Also, auch wenn man jetzt den Titel anschaut, ja, 20 Mal so effektiv lernen, denkt man so, hey, komm, Alter, das ist doch überhaupt nicht realistisch. So, wie soll man 20 Mal so effektiv lernen, wie was? Also, nur doppelt so effizient zu lernen wie jemand anderes, ist ja schon krass. Ja, ist ja schon krass. Aber wie soll man denn 20 Mal so effektiv lernen? Und ich hätte das, glaube ich, am Anfang auch selbst nicht geglaubt, dass das möglich ist. Mittlerweile, ich meine, jetzt bin ich ja doch schon einige Zeit hier als Abiturcoach tätig, merke ich, dass einfach mit unserem Gehirn ist so viel machbar. Und es ist auch gar nicht so zwangsläufig der Fall, dass du irgendwie, ihr müsst keine crazy Sachen machen, auch die 5 Sachen, die jetzt folgen werden, die sind nicht crazy abgespaced, sondern die funktionieren wirklich dann einfach sehr gut. Man muss sie halt nur einfach machen. Und genau deswegen starten wir jetzt auch in die 5 Tipps rein. Erstens, Zeit voll nutzen. Ihr merkt da schon, das hat jetzt gar nichts konkret mit irgendeiner Lernstrategie zu tun, sondern einfach nur, dass wenn ich sage, ich nehme da 5 Tage zum Lernen, dann lerne ich in diesen 5 Tagen auch wirklich. Und ohne Spaß, und da können sich, glaube ich, ganz viele von euch da draußen hier an der Nase fassen, nur weil du sagst, du lernst, hast du noch nichts gelernt. Ja, du hast dann was gelernt, wenn du wirklich was gelernt hast. Das bedeutet, nur weil du sagst, boah, ich sitze an meinem Schreibtisch, aber du hängst hier die ganze Zeit an deinem Handy und bist irgendwo auf Instagram, das bringt dir nichts. Da ist auch deine Lernstrategie vollkommen egal, weil wenn du überhaupt gar nicht wirklich lernst, dann bringt dir das nichts. Und natürlich kann ich mich auch 4 Monate auf irgendeine Psychologieprüfung vorbereiten, wenn ich in der Hälfte der Zeit aber nur in meinem Handy rumdaddle oder prokrastiniere oder aufschiebe oder Aufgaben mache oder auch in eurem Fall Hausaufgaben mache, die gar nicht so wichtig sind, anstatt den großen Brocken, der wirklich entscheidend ist, die ganze Zeit vor mich hinschiebe, dann kannst du nur allein damit wahrscheinlich schon 10 Mal so effektiv sein wie alle anderen. Weil auch wenn du es bei dir selbst anschaust, wie viel Zeit von der Zeit, wo du eigentlich sagst, okay, die möchte ich eigentlich fürs Lernen nutzen, nutzt du überhaupt nicht. Das ist mal mindestens die Hälfte der Zeit. Mal mindestens. Wenn ich sogar 80% der Zeit. Schau, da hast du schon einen Faktor 5. Wenn du nur mal wirklich all die Zeit, wo du sagst, okay, da will ich wirklich lernen. Wenn du all die Zeit mal wirklich fokustiert beim Lernen verbringen würdest, dann hättest du schon gewonnen. Hättest du schon gewonnen. Dass es nicht einfach ist, weiß ich auch. Weiß ich auch. Ich bin mittlerweile seit 4 bis 5 Jahren dabei, mich zu optimieren und immer mehr auch Herr von mir selbst zu werden und mich kontrolliert, fokussiert zu lernen. Deswegen bin ich da auch so gut drin. Aber gleichzeitig musst du auch die Strategien dahinter verstehen. Ich gehe natürlich auch in Trauma-Betool-Coaching tiefer rein, aber es ist ganz grob für euch zusammengefasst. Das Wichtigste ist Meditation. Dazu habe ich extra Video für die hier rechts oben. Und es gilt einfach, dass du verstehst, wie du dauerhaft durchziehst. Das habe ich auch hier oben verlinkt, das Video zu dauerhaft durchziehen. Das gibt so einen guten Ding schon mal. Aber du musst verstehen, dass das einfach die eine entscheidende Sache ist. Weil egal, was jetzt danach kommt, wenn du die Zeit, die du dir nehmen möchtest, ob du dich effizient nutzt oder gar nicht nutzt, dann bringt das natürlich alles nichts. Zweitens, volle Überzeugung, dass sich der Stoff vertieft. Das ist so eine Sache, die ich bei unseren Trauma-Betool-Coaching-Teilnehmern immer wieder feststelle. Und zwar, dass super viele, wenn sie ins Coaching kommen, die lernen zwar, aber sie gehen gar nicht davon aus, dass das, was sie da lernen, sich hier oben auch abspeichert. Und ich, als ich von meinen Prüfungen gelernt habe, ich hatte gar nicht die Zeit, daran zu zweifeln, dass es sich nicht hier verfestigen würde in meinem Gehirn, weil es sich verfestigen musste. Und das ist das so entscheidend. Die Einstellung, mit der du an deinen Lernen rangehst, wird sich auch genauso manifestiert. Das bedeutet, wenn du denkst, oh, okay, ich setze mich hin, aber ich kann Mathe ja eh nicht. Denkst du ernsthaft, dass nur, weil du heute den ganzen Tag bei Mathe verbringst, dass sich dann irgendwas ändern wird? Nein! Es wird sich nichts ändern, solange du selbst ernsthaft davon überzeugt bist, dass du Mathe eh nicht kannst. Wenn du, schau mal, das müsst ihr verstehen, die Welt funktioniert nicht so, wie du denkst, wie die Welt funktioniert. Sondern die Welt funktioniert so, dass du im Prinzip immer das bekommst, was du unterbewusst möchtest. Und wenn du von dir tief die Überzeugung hast, dass du Mathe eh nicht verstehst, ja, in diesem Statement, ich verstehe Mathe eh nicht, drückst du aus, es ist egal, was du machst, du wirst Mathe nicht verstehen. Und dann kannst du mit der Methode lernen oder mit der Methode lernen. Du kannst eh wie viel lernen, du kannst gar nicht lernen. Du wirst nahezu immer auf dem gleichen Stand sein, weil du von dir selbst überzeugt bist, dass du auf diesem Stand sein musst. Und ich, wenn ich ans Lernen rangehe, und bitte, bitte, nehmt diesen Tipp nicht für irgendwas wie, uh, das dachte ich mir eigentlich schon, oder das ist ja voll offensichtlich. Das Wichtigste an offensichtlichen Dingen ist, dass du es tust. Du musst es tun. Du musst wirklich glauben, dass wenn du dich hinsetzt, du musst davon ausgehen, dass sich der Stoff in deinem Kopf verankert. Weil solange du davon nicht überzeugt bist, hast du wie so eine Barriere. Du wirst die ganze Zeit versuchen, die Informationen in deinen Kopf reinzubekommen, aber die sind die ganze Zeit geblockt. Die ganze Zeit geblockt. Und deswegen unbedingt, unbedingt davon überzeugt sein, dass es dich verfestigt und dann wird sich das auch tun. Drittens, Audios anhören. Das ist ja der vierte Schritt der A-Methode. Video zur A-Methode hier oben verlinkt. Das ist einfach die beste Lernstrategie. Dieses Audio hören. Warum ist im vierten Schritt dieses Audio hören? Ganz, ganz einfach. Was ich immer mache, ist ich, wenn ich mir meine Sachen selbst zusammengefasst habe, den Stoff, dann spreche ich mir immer am Handy nochmal selbst, quasi lese ich mir alles nochmal vor, erkläre mir selbst alles nochmal und spreche das per Audio, per Audio-Recorder in mein Handy ein und höre das dann immer nebenbei. Die ganze Zeit nebenbei, die ganze Zeit nebenbei, die ganze Zeit nebenbei. Und das ist einfach super krass, weil, wenn du zum Beispiel gerade beim Abspülen bist, dann kannst du es trotzdem anhören und du wirst, aber während dem, du müsstest sowieso abspülen. Aber ob du dann währenddessen Musik hörst oder die Audios hörst, ist eigentlich egal. Nur, dass du währenddessen lernst. Das heißt, ich lerne vor allem deswegen auch so viel effektiver als alle anderen, weil ich, wenn ich dann sage, ich lerne jetzt, wirklich auch alle Zeit dafür nutze, umzulehren. Und das ist so ein Gamechanger. Und dabei geht es bei den Audios, geht es auch nicht darum, dass du irgendwie, es geht einfach nur darum, dass du die ganze Zeit die Dinge nochmal durchgehst, wieder durchgehst, wieder durchgehst, wieder durchgehst. Weil so verfestigt sich was wirklich. Weil wenn du die ganze Zeit das wie so ein Schleifstein, die ganze Zeit in deinem Kopf durchhast, durchhast, du kannst es irgendwann nicht mehr vergessen. Du kannst es irgendwann nicht mehr vergessen. Wohingegen, wenn du es dir mal durchliest und dann mal wieder nicht, dann verliert sich das viel schneller. Was wir total unterschätzen ist, wie schnell wir Dinge vergessen. Man sagt so, dass wenn du einmal dir was durchgelesen hast, dass du nach einer Stunde 80% davon schon nicht mehr weißt. Aber wenn du die ganze Zeit die Audios hast, dann hältst du die ganze Zeit dieses Level hoch. Du pushst die ganze Zeit wieder an die 100% von all dem, was du ja gerade gelernt hast, weil du die ganze Zeit ja wieder hörst, was du gerade gelernt hast. Und deswegen ist das super, super wichtig, dass du auch diese Audios machst. Ist im Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber sobald du das mal umgesetzt hast, dann wird es vollkommen automatisch für dich sein und vieles, vieles für dich erleichtert. Drittens, genau schauen, was abgefragt wird. Du kannst, das ist halt echt traurig für mich, muss ich wirklich sagen. Du kannst so viel lernen, wenn es das Falsche ist, bringt es jemanden. Und deswegen bedeutet, 20 mal effektiver lernen, auch nicht zwangsläufig, nur dass du versuchst, dir einfach eine gigantische Masse an Wissen anzueignen, sodass du dir von vornherein bewusst bist, was brauche ich für die Klausur und dann ganz gezielt auch nur das zu lernen. Zum Beispiel bei mir in den Psychologieprüfungen ist es einfach so, ich meine, das ist halt irgendwie so ein Buch mit so 1000 Seiten und dann ist es halt so, dass halt einfach bestimmt 300 bis 400 Seiten davon gar nicht relevant sind. Und jetzt ist es natürlich so, dass die meisten von meinen Mitstudierenden, ist leider so, einfach das ganze Buch lernen. Und ich gehe halt davor durch, zu gucken, okay, was brauche ich da eigentlich wirklich, schaue genau an, was sagt der Professor, was klausurrelevant ist, was nicht klausurrelevant ist und dann lerne ich auch nur gezielt das, nur gezielt das. Und das gleiche geht auch für euch für die Klausuren und fürs Abitur. Schaut euch an, fragt den Lehrer, lese bitte nach, was will dein Abi abgefragt, was will der Lehrer haben und dann lernt nur das, lernt nur das. Und wenn der Lehrer euch das nicht sagt, dann entwickelt trotzdem einfach ein Gefühl dafür und sagt, okay, muss ich wirklich alle Jahreszahlen in der Geschichte wirklich wissen? Wahrscheinlich eher nicht. Muss ich wirklich das so genau wissen? Wahrscheinlich eher nicht. Muss ich das wissen? Ja, vielleicht schon. Und dann lern ganz gezielt das, was du auch wirklich brauchst. Weil es gibt nichts Sinnloseres, als irgendwas zu lernen, was im Endeffekt nicht abgefragt wird. Ist einfach super ineffizient und deswegen das bitte auf gar keinen Fall machen. Und dann abschließend noch fünftens, Powerlaps. Wenn du innerhalb von 5 Tagen dir den Stoff von 2 Semestermodulen, also von 2 Semesterprüfungen, die einfach das komplette Semester abfragen, dir reinziehst, das ist eine extrem hohe kognitive Beanspruchung, sagt man in der Psychologie. Also einfach, auf gut Deutsch, dein Gehirn brummt dann einfach. Und nichts regeneriert dich besser, als wenn du schläfst. Sollst du nicht zu lang schlafen, aber so 22, 23, 24, 25 Minuten ist perfekt. Ich habe, glaube ich, dann wirklich in diesen 5 Tagen jeden Tag zweimal so ein Powernap pro Tag gemacht, was echt viel ist, aber unser Schlaf, und das schätzen das wissen auch so viele nicht, unser Schlaf dient dazu, alles, was wir aufgenommen haben, zu verarbeiten. Das heißt, nur weil du was durchgelernt hast oder was durchgearbeitet hast oder was wirklich verstanden hast, ist es noch nicht endgültig drin. Es ist erst dann endgültig drin, wenn dann der Schlaf kommt und dein Kopf dann die Zeit hat, das auch wirklich fest im Langzeitgedächtnis zu verankern. Und solange das nicht der Fall ist, ist es auch nicht sicher drin. Und dann hast du es auch nicht sicher in der Klausur und das ist ja das, was wir haben wollen. Deswegen bitte, wenn du wirklich lernintensive Phasen hast in der Klausurenphase in Bezug auf das Abitur, dann bau Powernaps in deinen Tag ein und sei dann wirklich auch so fokussiert auf das Lernen, dass du wirklich wie so ein, du kannst fast schon wie so ein Faultier sein, ja, so dass du wirklich nur lernst, 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 bis der Kopf brummt und dann pennst du eine Halbstunde, dann schießt du wieder auf, lernst, 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 fällst um. Das ist natürlich nur, wenn man das jetzt so hart komprimieren möchte, wie es ich komprimiert habe, aus Zeitgründen halt, geht natürlich auch alles viel entspannter. Ja, aber nur, dass du weißt, diese Powernaps sind extrem wichtig für die Informationsabspeicherung und können dich extrem stark voranbringen. Versteht ihr, das ist das Wichtige. Das müsst ihr verstehen. Wenn ihr nur die fünf Sachen richtig macht, dann werdet ihr 20 Mal so effektiv lernen wie andere. Es ist so. Und das liegt nicht daran, dass es so schwer wäre, so effektiv zu lernen. Das liegt vor allem daran, dass einfach der Durchschnitt extrem ineffizient lernt und dazu möchtest du einfach selbst nicht gehören, weil es einfach viel mehr Aufwand ist und viel schlechtere Ergebnisse bringt. Und deswegen, genau, mach es einfach richtig. Wenn du es grundsätzlich richtig machen willst, kommt natürlich besonders ins Trauma-Betur-Coaching. Erster Link in der YouTube-Beschreibung. Einfach bewerben für ein Erstgespräch, dann wird mein Team dich anrufen, und dann werden wir schauen, ob das Ganze passt. Und wenn ja, hast du die Möglichkeit, mit mir zu sprechen. Dann werden wir gucken, ob du eben wirklich auch reinpasst, ob wir dir wirklich weiterhelfen können. Und dann sehen wir uns vielleicht auch schon tagtäglich auf persönlicher Ebene mit mir als dein persönlicher Coach. Darauf würde ich mich sehr, sehr stark freuen. Und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Leo. ais trainedina Haha. Aboneys Auf Resume. Aboneys hab